Hallo ihr Lieben, weil ich mit dem letzten Video zu den psychischen Auswirkungen von Demokratie auf diffuse Weise nicht ganz zufrieden bin, mache ich jetzt noch ein zweites Video und hoffe, dass es mir in diesem Video nach meinen eigenen Maßstäben etwas besser gelingt, das noch auf den Punkt zu bringen, was da drin ist für uns, also welche auch Hoffnungsperspektive uns Demokratie bietet, ganz unmittelbar für uns alle. Warum wir also ein besseres Leben haben in Demokratie, warum es uns allen besser geht, versuche ich jetzt, also starte ich jetzt einen zweiten Versuch und das wird sicher nicht der letzte sein. Ich bin eigentlich immer unzufrieden mit meinen eigenen Videos und versuche es dann immer wieder wie so ein leicht manisch, wie so ein bisschen verrückter Maler, sage ich manchmal, der immer das gleiche Bild malt und immer unzufrieden ist. Aber ich mache mal weiter. Also, ich denke, in der Demokratie geht es auch sehr stark um Verantwortung und um das Hineinwachsen in Verantwortung und zwar eben nicht für einige wenige von uns, sondern für uns alle. Das heißt, eine Gesellschaft mit einer etablierten Demokratie, mit einer gut etablierten demokratischen Praxis, in der es also völlig üblich ist, ein politisches Leben zu haben für alle, völlig normal, völlig alltäglich, unspektakulär, ist es so, dass wir alle in politische Verantwortung hineinwachsen und zwar alle. Nicht nur ein paar wenige von uns, sondern wir alle, in der wir also sozusagen auf politische Weise alle verantwortungsvollere Wesen werden, als wir es heute sind. Und das ist schon von dem her sehr wichtig, weil in privater Hinsicht, also nicht politischer Hinsicht, wird es dort immer große Unterschiede zwischen uns geben. Also, wie verantwortlich wir uns fühlen oder wie sehr wir auch zur Verantwortungsanmaßung neigen, hat einfach auch sehr viel mit unserer Lebensgeschichte, vielleicht auch mit unseren Genen zu tun. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es verschieden. Das, finde ich, sehen wir schon recht deutlich bei Geschwistern in Familien. Also, je nachdem, in welche Position du da hineingeboren wurdest im Familiensystem und wie auch deine persönliche Neigung ab Geburt ist, sind Geschwister sehr unterschiedlich verantwortungsvoll. Das sieht man dann oft, wenn die Eltern älter werden, wer kümmert sich um die Eltern und wenn da mehr Geschwister da sind, gibt es oft ein oder zwei Geschwister, die sich ganz stark kümmern und die anderen so gut wie gar nicht. Ohne Vorwurf. Ich will damit einfach nur sagen, es ist verschieden. Unser Verantwortungsempfinden ist verschieden ausgeprägt. Und das führt im Politischen, wenn wir nicht demokratisch agieren, dazu, dass ein paar wenige von uns versuchen, den ganzen Laden zu schmeißen und alle anderen verharren in so einer Art unzufriedenen Zustand der Passivität. Oder wie ich manchmal etwas polemisch mit einer polemischen Spitze sage, in einem so Kind- oder Jugendzustand. Ja, immer dagegen, immer alles besser wissen, aber nie eigene Verantwortung tragen. Aber das ist der allgemeine Gesellschaftszustand. Das betrifft nicht ein paar wenige von uns. Das ist der Zustand, in dem wir alle sind, wenn wir halt nicht gerade zufällig uns berufen fühlen, Berufspolitikerinnen zu werden und das halt aktiv anzugehen. Oder politische Aktivisten und da einen Lebensinhalt draus machen. Also die meisten Menschen machen das ja nicht in unserer Gesellschaft. Die meisten bleiben politisch inaktiv, politisch passiv und bleiben damit in einer Art verantwortungslosen politischen Zustand. Das ist in einer Demokratie anders. Und das bedeutet auch, dass wir weiterhin die Unterschiede haben im Privaten. Im Privaten wird es immer einige von uns geben, die also wahnsinnig verantwortungsvoll sind und auch dann manchmal auch in dominierende Positionen kommen. Das ist ja nicht immer in jede Form von Verantwortungswahrnahme gekoppelt. Es gibt auch Menschen, die unglaublich viel Verantwortung tragen, aber nie dominieren. Gibt es auch zuhauf. Aber es gibt auch Menschen, die über dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, hochenergetische, also sehr präsente, sehr engagierte, dann in Dominanzpositionen kommen. Und im Privaten wird das nie anders sein. Da wird es einfach immer Unterschiede geben. Denn umso wichtiger ist es, dass wir in der Politik ein System schaffen, das in allgemeiner Verantwortlichkeit besteht. Und das, genau das macht Demokratie. Sie macht uns alle verantwortlich, nicht ein paar wenige von uns. Nicht wie jetzt schimpfen auf die Berufspolitiker, schimpfen auf die Eliten, schimpfen auf was weiß ich wen, ja. Sondern du bist in Verantwortung. Du schimpfst nicht mehr, du übernimmst Verantwortung. Und zwar jeder, das betrifft dann alle. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, was für ein Schiff das ist, wenn alle Verantwortung haben. Nicht ein paar wenige, nicht nur diese oder jene Gruppe, nicht diese oder jene Partei, sondern alle. Und was für einen Unterschied das macht für einen jungen Menschen, der also noch nicht Verantwortung hat, dass er weiß von Anfang an, ich werde eines Tages Verantwortung haben. Das verändert alles, ja. Und da kann man natürlich hineinwachsen, aber man wächst hinein durch Praxis. Also kurz gesagt, politische Verantwortung übernimmst du, weil du sie übernimmst und du wirst verantwortlich, weil du Verantwortung übernimmst. Also das ist so ein bisschen, das ist ein blöder Spruch und der stimmt wahrscheinlich in dieser Form nicht. Aber man hat früher mal gesagt, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Damit war gemeint, dass durch die Amtstätigkeit selber wir uns verändern, weil wir mit bestimmten Dingen in Kontakt kommen. Und natürlich gibt es sowas wie Korruption, genau das Gegenteil, das Amt korrumpiert uns. Und bei vielen Menschen, die also in die Politik gehen, derzeit als Berufspolitikerin, Berufspolitiker, sieht man nach ein paar Jahren die Spuren, die diese Tätigkeit in ihnen hinterlassen hat. Und in der Regel tut es mir für diese Menschen sehr leid, aber das sind keine guten Spuren, es geht ihnen nicht gut. Das wäre in einer Demokratie anders. In einer Demokratie tatsächlich ist ein wahnsinnig wohltuendes, anstrengendes, aber wohltuendes Geschehen oder eine wohltuende Praxis, in der wir sozusagen uns selber auch nochmal ganz anders kennenlernen. Und das verändert uns alle. Das verändert sowohl die von uns, die halt wahnsinnig verantwortungsvoll oder verantwortungsbereit oder verantwortungsanmaßend sind. Die verändert das zum Besten, weil sie entlastet werden durch die Allgemeinheit. Und die anderen, die derzeit keine politische Verantwortung haben, also die meisten von uns, darunter auch mich, verändert es auch. Weil plötzlich können wir nicht mehr, so wie ich jetzt hier, gescheit daherreden, alles besser wissen, sondern wir müssen uns auseinandersetzen mit bestimmten Themen und vor allem mit unseren Mitmenschen, mit unseren sehr verschiedenen Mitmenschen. Das ist also, man könnte sagen, die gesellschaftliche Vermittlungsarbeit oder die politische Vermittlungsarbeit, die dann nicht von ein paar wenigen Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern geleistet wird, die davon immer überfordert sein werden, strukturell überfordert sein werden, weil wir so viele und sie so wenige sind, sondern genau diese gesellschaftlich-politische Vermittlungsarbeit wird von uns allen geleistet. Wir kommen uns nahe, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen. Und das ist gut für alle. Es verändert uns. Es macht uns alle etwas reifer, weiser, mündiger, erwachsener, vernünftiger, verständnisvoller, als wir vorher waren. Wir merken bei vielen Dingen, es ist nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Und wir merken es anhand unseres Mitbürgers, unserer Mitbürgerin, weil die auch im Prozess ist. Weil die auch da ist. Weil die, wenn wir Schmarrn verzählen, die Stimme erhebt und sagt, Moment mal, für mich heißt das, was du dir da als super gute Lösung vorstellst, heißt das das und das und das. Und wir sind in Kontakt und tauschen uns darüber aus. Und so wird es uns am Anfang, wenn wir mit der Demokratie anfangen, mit nahezu jeder unserer privaten Positionen ergeben. Wir denken, es ist ganz einfach. Und dann sind da aber Mitbürgerinnen und Mitbürger im Raum, die aus anderen gesellschaftlichen Sphären kommen, die mit anderen Dingen zu tun haben in ihrem privaten Alltag, die dann ihre Stimme erheben. Und so machen wir uns wechselseitig verständnisvoller und klüger. Wir werden weiser und reifer durch den demokratischen Prozess selbst. Er verändert uns. Wir werden verantwortungsvoller. Wir werden weniger polemisch. Wir werden weniger überspitzend. Wir werden auch weniger miteinander um Macht kämpfen, weil wir alle schon Macht haben. Diesen Entspannungseffekt, gerade auf die Ehrgeizigeren unter uns, auf die Dominanteren unter uns, auf die vielleicht auch Leistungsbereiteren unter uns, auf die Lauteren unter uns, kann man gar nicht groß genug denken, den eine Demokratie hat. Das heißt, wir kriegen alle eingefangen. Wir kriegen sowohl die eingefangen, die derzeit nichts zu sagen haben, als auch kriegen wir die eingefangen, die viel zu viel zu sagen haben. Darunter so komische Gestalten wie mich, also die tausende von Videos machen und denken, sie haben, weiß Gott, zu allen möglichen Themen was zu sagen. Die Vielquatscher, die kriegen wir alle eingefangen durch Demokratie. Warum? Weil wir im Prozess sind, weil wir im Kontakt sind und weil Leute ihre Stimme erheben, die es sonst nicht tun oder sonst nicht tun können oder denken, dass sie gar keine eigenen Gedanken haben und gar nichts zu sagen haben. Und die merken dann, habe ich sehr wohl. Also es ist eine, ich würde sagen, wirklich kollektive Ermächtigung. Und für ein paar wenige von uns ist es ein Einphasen, ein Beruhigen. Weil auch der Kampf um Macht, der in der Regel zwischen den Ehrgeizigen untereinander ausgestragen wird, sich beruhigt, weil alle Macht haben. Weil allen Macht geschenkt wird, von der Gesellschaft, von Anfang an. Das heißt, die Macht wird nicht mehr gekämpft, du hast Macht mit allen Nachteilen, die das auch hat. Das wird ja auch wenig reflektiert derzeit, was Macht für negative Folgen auf uns hat, wenn wir Macht haben. Es hat eine Rückkopplung auf uns, in mehreren Dimensionen. Es ist eine Gesellschaft, Demokratie ist eine Gesellschaft, in der alle politische Macht haben. Von Anfang an ist das klar. Jeder weiß, dass er mal politische Macht haben wird, auch wenn er sie jetzt gerade nicht hat, weil er in Zukunft ausgelost werden wird und weil er sich darauf verlassen kann, dass er es werden wird. Dass die Zufallsauswahl rein statistisch, wenn wir eine hinreichend aktive Demokratie betreiben, immer wieder auf sie oder ihn fallen wird und er dann mitregieren wird, mitbestimmen wird, Gesetze mitberaten und mitbeschließen wird. Politisch-staatliche Maßnahmen mitberaten und mitbeschließen wird. Sollen wir unsere Steuermittel eher so oder so oder so verwenden? Sollen wir unsere gemeinschaftlichen Gewaltmittel eher so oder so verwenden? Wie soll das Gefängniswesen sein? Wie soll das Polizeiwesen sein? Wie soll unsere Außenpolitik sein? Wie sollen unsere Verträge sein? Unsere internationalen? Wie wollen wir das haben? Diese Fragen, mit all diesen Fragen werden wir alle konfrontiert. Und das ist uns von Anfang an klar und das macht uns verantwortungsvoller. Also auf eine gewisse Weise verhalten wir uns auf ganz bestimmte Weise verantwortungslos nur dann, wenn wir ganz sicher sein können, dass wir in der Realität nie wirklich Verantwortung haben werden. Und das ist in einer Demokratie anders. In einer Demokratie kannst du erwarten, dass du immer wieder Verantwortung übernehmen musst. Und das macht uns auf ganz bestimmte Weise durchaus auch milder und entspannter. Es hat also sehr, sehr viele Rückkopplungen auf unsere wirklich psychische Verfassung, wenn wir in einer politisch-demokratischen Verfassung leben. Demokratie verändert uns. Eine Gesellschaft, in der alle Verantwortung haben, politische Verantwortung, verändert uns. Und es verändert sowohl die, die im Privaten sowieso schon sehr viel Verantwortung übernehmen und auch die, die es nicht tun. Beide Gruppen verändert es zu ihrem Besseren. Ich weiß nicht, ob ich das nachvollziehbar machen kann. Ich zweifle sehr, dass das mit Worten transportierbar ist, was ich da vor Augen habe. Wahrscheinlich ist es sowieso dieses Vor-Augen-Haben eben auch sehr problematisch. Wenn man so ein komisches Bild hat davon, was entsteht, was noch gar nicht real ist. Also gerade Bilder von zukünftigen Gesellschaften sind mit Vorsicht zu genießen, so auch meins. Nichtsdestoweniger, wie man vielleicht hört, bin ich vollkommen überzeugt davon, dass uns eine Demokratie sehr gut tun würde. Dass es uns einerseits entspannen und beruhigen würde und gleichzeitig aber gleichzeitig in einen neuen Aktivitätszustand versetzen würde. Also eine paradoxe Entwicklung, wo wir gleichzeitig alle etwas energetischer, lebendiger, auch spielerischer werden. Und gleichzeitig verantwortungsvoller, besonnener, milder. Und das nicht als Widerspruch, sondern als gleichzeitige Entwicklung. Und das bei uns allen. Und natürlich kommen wir da in den verschiedenen Punkten von verschiedenen Polen her. Also wir sind da persönlich verschieden aufgestellt, was unseren Lebendigkeitsgrad angeht. Auch was unseren Besonnenheitsgrad angeht. Wie ruhig wir sind, wie gestressig wir sind oder was auch immer. Da kommen wir von verschiedenen Seiten. Aber es hat sozusagen einen ausgleichenden Effekt auf alle. Wir kommen kollektiv miteinander mehr ins Gleichgewicht, wenn wir Demokratie machen als bisher. Wo es eben so ist, in nahezu allen Sozialsystemen, so auch in der Politik, ein paar wenige übernehmen Verantwortung. Und alle anderen mosern rum. Ja, das ist in einer Demokratie nicht so. Da mosert niemand, weil jeder Verantwortung hat. Also wir werden alle verantwortungsvoller und die paar wenigen sowieso schon Verantwortungshabenden können sich beruhigen und entlastet fühlen. Sie werden nicht überfrachtet. Die Last der Welt, die Last der Menschheit, die Last der Gesellschaft wird eben nicht auf ein paar wenigen Schultern verteilt, sondern auf allen Schultern. Und das ist eine bessere Gesellschaft. Das ist auch, ich würde sagen, auch dem Menschen gemäßer. Das ist auch für den Menschen am Ende, so künstlich Demokratie in ihrem Prozess ist, eine Gesellschaft, die sich am Ende für uns tatsächlich natürlicher und besser anfühlt. Also die wirklich uns mehr gerecht wird, weil sie uns, die meisten von uns, sehr viel mehr in Verantwortung nimmt als bisher. Also ich möchte mit diesem Video durchaus auch behaupten, dass wir alle in der heutigen Gesellschaft, da wir noch keine Demokratie haben, verantwortungstechnisch unterfordert sind. Die Gesellschaft verlangt uns zu wenig ab. Sie verlangt von uns zu wenig politische Verantwortung. Wir verlangen von uns zu wenig politische Verantwortung. Oder anders gesagt, wir sind alle miteinander politisch faul, bis auf die paar wenigen, die sich engagieren und in der Folge gegenseitig die Köpfe einschlagen in der Politik. Das ist halt der Zustand, der entsteht, wenn nur wenige Politik machen. Wenn alle Politik machen, ist es mit diesem Hauen und Stechen, mit Politik als Intrigantenstadel, als Schachspiel, als ein Spiel, wo es ums Gewinnen oder Verlieren geht, vorbei. In dem Moment, wo wir Demokratie machen, geht es nicht mehr ums Gewinnen und Verlieren, weil alle schon Macht haben. Man kann nicht mal um die Macht kämpfen, wenn schon alle Macht haben. Das ist halt der Zustand, den Demokratie herbeiführt, mittels des demokratischen Losverfahrens. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politi gelost werden muss.